Mit der Mamba von Konrad Engstein. Hier, jetzt am Start. Mamba. Wir gehen flogen von Fenner Himmelwein. Wieder mal 20 Millimeter. So, und jetzt gibt es zusätzlich noch eine halbe Stunde Segelkunstflug. Der Segelklub Sankern hat hier ein ganz spezielles Schnäppchen. Wer seiner lieben Frau einmal eine Freude machen möchte, oder seiner Schwiegermutter eine Freude machen möchte, kann jetzt einen Segelkunstflug käuflich erwerben. Auch diese Einnahmen kommen der Jugendförderung des MSG Sankern zugute. Also, wer Lust und Laune hat, seiner Frau, seiner Schwiegermutter, seinem Mann, seinem Schwiegervater eine Freude zu machen und einen Segelkunstflug zu schenken, so wie ihr ihn zuerst gesehen habt, der ist herzlich willkommen und kann ihn drüben am Dombola-Stand käuflich erwerben. Ab jetzt. Die Frage ist ja nur, ob da jedes Mal mit dem gleichen Flugzeug geflogen wird. Also, liegt die Ehefrau im gleichen Modell mit dem gleichen Flugzeug wie die Schwiegermutter, oder? Das wäre natürlich der Lotto-Sexter-Simonke, gell? Ja, also, quasi der Freibug mit dem Schwiegermutter, der ist ja auch der Beste. Das ist ja auch der Beste. Das ist ja besser passiert. Die Säupte Stimmung fährt auch. Jawohl, wunderbar. Applaus hier für unseren Kudoten. Den Benjamin Pail mit seiner Mama. Doppeldecker. Das Wetter macht mit. Und, ja, wen haben wir hier? Einer der rasende Reporter aus Tirol. Hahahaha. Habe ich die Ere. Wirklich. So, wir haben uns letzte Woche ja noch einen Tipp auf den gleichen Circus getroffen. Du machst ja auch seit drei Jahren, machst du Modellflug. Du bist jetzt hier auch gekommen. Gib uns mal ein bisschen was von deinen Eindrücke. Ja, also, ich kann heute mal deine E-Mails. Und, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, einfach wunderbar. Ja, ich finde auch, die Stimmung haben hier am Platz und die Infrastruktur schreit eigentlich recht danach, hier so ein Eventbruch zu führen, auch vom Antragenden Platz, weil das ist voll. und man hat hier entsprechend Platz, man hat die Kugel, man hat den Lauf, also wirklich stark. Hier auch nochmal ein ganz großes Lob hier, an den Modellflugklub hier in St. Johan. und natürlich auch hier an den, hier an den, am Landenplatz, hier an dem, äh, an den, an den, an den, an den, an den, für die Fliegenstatt, wo wir auf die Location eingehen, die Bedienungen, und, ja, ich denke, ein ganz tolles Brett hier, und, hier gibt die, ein Highlight, dem anderen, wir den Fremder in die Hand, Ich muss dich kurz darauf rechnen, lieber Christian, wir haben einen Audi mit dem Netzeil von Influgland 528HC. Nein, aber es steht 3570HC, da steht am Fahrtenplatz, es ist die Gefahr, dass sich jemand reinfährt, also bitte umparken. Ein Audi in Influgland 528HC, bitte umparken, weil er steht so, dass er einen Fahrschaden erleidet. Kapazität 3989 Millilard per Stunde. So, jetzt dann nach der Mamba haben wir dann die Buschmaster von Konrad. Wir haben das Actionfly-Team, die machen sich jetzt auch langsam verdicken. Ja, hier absolut in Bootenweg. Unser Applaus hier für unsere Pilotwurz auf der Eindringer Wien 2009. ...1228 Millilard per Stunde. ... 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 Die Gitarre ist einDeskinder. Die Gitarre ist unangenehm. Die Gitarre ist unangenehm.